Leute da sind wir wieder mit Resident Evil hier ist noch ne Vase ich kann Muni herstellen das kann ich Gewehr Muni Magnum Muni, Gewehr Muni Ich hab genau 17 Gewehr Muni und Abgestolen Muni erstmal nicht Was ist das da? Ein Lautensprecher Hat sie das Gott Ich hab das Ah, Radloh! Oh, Radloh! Das war ich, ein Zahn. Oh. Nein, Mann, 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 Mann. Geh! Das ist der Light. Was ist das? Geht doch. Das war's. Glockenzeichen All right, a bitch. I don't know what I'm talking about. Was ist das? 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 zurück na auch so erledigt achte bestimmt und auch nicht oder auch da liegt schon mal der packt zu ja mit sicher dass man nicht mal eine punktlandung und dazu Ich schwöre bei dem Wasser. Na, da war es. Sieht noch weit aus. Da war es. Da war es. Da war es. Das geht nicht. Ich verstehe nicht, das Wasser ist nicht so tief. Das geht nicht. Die spawner einfach hier. Das liebe ich ja. Das geht nicht so tief. 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 Na doch nicht. Na doch nicht. Okay. Butes Kraut. Shh. Warum ich mir nichts Gutes tue? Edelsteine einsetzen. Ich habe sechs blaue. Und drei davon, okay. Das kann ich für Verhoffen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Die Friere können weg. Die Kiefer können weg. Die Kiefer können weg. Minendinger können weg. Kaufen. Koffererweiterung. Ich garantiere dir. Du wirst deine Investitionen nicht bereuen. Tunen. Wir tunen. 59.000 Angriffskraft. Kriege ich dorthin? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Kriegelchen. Ein hervorragender Deal. Irgendwie Tunen. Angriffskraft. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Komm jederzeit wieder. Ich bin ein bisschen overtuned. Aber bei Overtune geht nicht. Die kombiniere ich noch. Könnte ich auch hier machen. Kann ich Moni herstellen? Klasse. Na. Pistolenmoni. Haben wir aber genug. Zur Zeit, oder? Komm, mach mal. Weil wir es können. So. Ich würde sagen, das war die Weite. Weile von heute. Du hast den Geruch. Also. Vielen Dank für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.